äh, einfach über die Brücke, also die andere Brücke führt uns nirgendswo, also da ist Sackgasse und da sind wir vorbei also wir sind jetzt zum Signalturm, jetzt und hier habe ich eine Karte gefunden, ich übersetz mal äh, endlich, das Signal brennt, äh, aber warte, warum, äh, antwortet der andere Signalturm nicht? ähm, vielleicht ist er nicht mehr besetzt äh, es sieht so aus, als müsste ich jeden einzelnen Signalturm anzünden äh, selber, ja ja, okay, hier runter wollen wir noch nicht loswerden äh, okay, äh, spazieren gehen, hat noch nie jemandem geschadet wie tief geht das hier runter, ey alter Vater ja, ich komme jetzt auch runter ja, gut, gut, dass es nicht tief ist seid ihr in dem Turnrum, oder was? ja, wir sind ja auch mal unten gelaufen gerade riverside and waterfallen äh, wasserfallen, Entschuldigung wartet auf mir äh, ich finde komischen Skin, dessen ja, es ist auch wie so ein Quaggan aus Guild Wars oder so das ist halt nicht meine, der Rainbow der Schmarrn okay, äh, immer den Weg hier lang, ne war's nicht irgendwie so, dass du das Passwort von dem Dings ich darf ihn benutzen, ja weil ich ihm keine Möglichkeit mehr auch hier endet dann bin ich wahrscheinlich doch über die Brücke, ne? ja, ey, ich wollte dir sagen ey, guck mal da hinten, was geht denn da ab, ey warum musst du? oh, oh die Brücke, oder was? ihr seid ihr schon wieder hingelaufen, ihr Schlampen? du bist ins Wasser reingehüpft ja, wo seid ihr hingelaufen jetzt? ja, schau doch mal auf die andere Seite, du Homo ach, da seid ihr gar genug, ey sag mal, Mann ich will euch einfach mal killen gehen, ey Entschuldigung fürs Homo, ey, ich bin echt nicht sexistisch, aber ich hab doch gesagt, das muss man den kleinen wegnehmen ich hab doch gesagt, alles was hier, alles was in Minecraft fällt, bleibt in Minecraft nee, ich bin auch nur also nicht so einer, der Homo sagt, aber maybe check out the guard towers first ich sollte vielleicht erst mal die, äh, Wachttüme überprüfen ja, welche sind das, die da, oder müssen wir dann hier da durch die Mauer laufen, oder? ey Leute, ich geh mal hier lang einfach mal, komm mal zurück, komm mal zurück, wir sind voll desorientiert, komm mal zurück was, was nimmt die Zerkatze? wir sind voll die Idioten, ey wir sind voll aus dem Turm vorbeigelaufen ach so, oh, scheiße ups was ist denn das da, für ein Haus daneben? was ist das da, ach so, das ist die Brücke erstmal in den Turm hier rein das glaub ich gar nicht hier ist nix wohl ein Eingang hier ist kein Eingang sehr gut ach, hochklettern ja ich weiß ja hier noll, hier kommt man aber auch nicht rein durch das Glas zu dürfen wir, dürfen wir jetzt eigentlich Blöcke kaputt machen, oder nicht? nein, unless told to, also nein wir sind da wir sind da ja, I should have repaired it but the ravine is scary ravine? ja, genau das also, sieht so aus, als hätte ich es referiert aber das ravine ist angsteinflößend und Handy an Moment Übersetzer ja, Englischkenntnisse und so ne oh, hier sind wieder Rüstungen und Melonen und Fleisch und Keks und Fockelen äh, der Hohl, der Hohlweg, der Klamm, die Schlucht Ebenfalls Fackeln, Fackeln sind gut Fackeln hab ich noch keine hab total viele noch, 43 Witzig unterlegen jetzt ich werd noch was Essen, ne Melone, ein Keks und ne Fockelen und ein Schwert, das Schwert, das Schwert nämlich mir mit äh, wollen wir vielleicht erstmal den kleinen Weg weitergehen ich hab mir auch ne Ersatzrüstung mitnehmen ja, weiß ich nicht wir gehen erstmal den kleinen Weg weiter, oder? ja, weiß ich nicht das glaub ich besser ja, dann gehen wir erstmal den kleinen Weg ja, dann gehen wir erstmal den kleinen Weg mit der Weitabin wieder ein bisschen was essen ja, ich auch wir sollten uns auch ein wenig mal auf die Story konzentrieren finde ich so mal ja, cool doch ja, wir laufen wir durdueinander, stimmt schon ja, ist in Minecraft nicht so einfach das ist ein Ravine äh, Ravine bei Wien heißt das hab ich doch gerade gesagt das heißt, äh, Hohlweg, Klamm, Schlucht Luch okay, das ist mit Schlucht gemeint, alles klar ja, und ich stell hier mal ein paar Fackeln auf Leute, äh, renn mir halt rein, ey tu ich doch oh, hier sind Spinnnetze, ne, Vorsicht ja, Spinnnetze mach aus einem gewöhnlichen Menschen auf einmal einen Karate-Kämpfer oh, guck mal, hier ist ne Tür oh, fuck woher kommt erst mal rumpf man steht hier Bridge Control Room also, äh, Brückenkontrollraum ok, ich werde es vielleicht hätte mit die Fakkel lieber hier sitzen sollen LEG alter ok, und alles wieder klar war was soll das haben wir oder nicht mehr als immer stehen bleiben würde Aua für Stoff auch Fakir sind über Zombies ich kann nicht schlagen sind zu hohen sind zu tief für mich hoch für dich natürlich ist ja alles zu hoch heute ist so für mich der Komplett die Hände dazu aufbauen mit auch immer aber ich habe den Weg ob er der Weg den Tod aber auch von mir auf der Brücke erregt wie bei ihr würde wissen dass er nicht mehr auf den Weg machen kann ich auch die Balle an der Animo das läuft 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 jetzt jetzt los ein Kieber nicht Geld hier als er vor sich über die Runde für die Toten erfolgt den Ufer und das Geld also schießen noch das nicht zu Ende die Uhr in den Räumen vorgelegt sich das Spiel geleckt weil wir es aber nicht wollen und auch übernehmen das Spiel nur geleckt wird wenn ich war gefallen das kann ich wahr sein ich habe so auch gesagt ich habe auch noch der Karten um das ist bei der Tod ich bin ich bin durchgekommen ich werde ich denke da gerade kein Leben ist hinter euch das ist ein Gott erinnern dass ich werde immer noch mal hinter euch gucken er merkt ihr auch selber ich bin gerade gerannt weil ich fast kein Leben hatte was muss zu fördern los kommst du mal ich habe ich habe dabei erleben ich habe das gesessen in der Graze so Zombies zu können so war er bei mir so auf dem Weg der über jetzt hier nicht ich bin Fledermäuse rum und so vielleicht deshalb ich bin ich bin ich schon durchgehend durch die Tür nicht durch die Tür durch warum nicht einer muss draußen weil er vor Ort ist obwohl er ist an der Sonntag wird okay ich dachte hier werden keine Platte was so und dann auch in case of technical failure place Redstone hier bei dem auch mit so zuerst voll Schloss kommst du zumal ja ich bin es schon auf dem Weg ich probiere nicht schon die ganze Zeit welcher die als die Kürtmacher der Idee ist aber in der Orsdorfer ich bin es haben wir hier nicht echt umsonst gemacht oder warum so der E-Wohm-Restore zu kommen jetzt soll ich eben muss eine Augen aufmachen und ich habe hier er kommt es auf der Scheißbrücke wir mussten ja gut ich sie und so gesehen würde aber super er wird wieder raus weil die 6 nix also weiß draufzielt bis sie sich wieder erlassen ja der Führer sie ganz zentral schwer abschießen wenn überhaupt und es kommen die sicherheit ist auch so nach oben glaub ich ja das sind so noch das abgemacht jetzt bitte komm geh mal weiter zurück damn those endermen stolen the redstone cable again endermen oder endermen wie müssen die endermen weil hier hat's die prüftings weggespringt ja richtig deswegen hast du ein bisschen das problem da wieder rauszukommen weißt du boah alter diese lecks ne das ist nicht normal also 70 fps zack 20 zack 10 so schnell so schnell schwitzen schwitzen für der scheiß switch ok also zurück und redstone suchen 0 ich hänge spinnen netze kann mal gut mit deine schuhe sehen übrigens sehr geil aus der pedo bär style mäßig weil du so besser durch ich habe mein Schwerpunkt und weggeschmissen es ist so ein weiterer das hat's wieder das ist doch wieder das ist ja auch als in Köln der Leute diese seitlich nach unten gegangen und noch eine Frage und noch unten an den Ranken lang warum nicht ist wollen wir noch fragen nur immer noch mal eine Lure dabei er war es ist meine mal auspacken bei einer Reise jetzt aber erst mal in die Lava steht Krupp okay du musst du musst anschieben und dann weinspringen und ich schiebte es am Ende gestoppt wir geht es nicht sehr viel weiter das was du sagen darf er kann ich ja nicht die kaputt schlagen okay die Schrauben Bauer passiert dann von wo seid ihr gekommen von da ja von da ich muss meine Sachen wiederholen ich hab die Lure wieder aber hier geht es auf jeden Fall weiter hier sind Orte kaputte Bahn Schiene ja mal raus da äh ich komme mit viel Zeit vor ich finde ich mich nicht mehr raus ja vielleicht sollst du auf uns warten was ist denn davon ja ich komme wieder oh nein mein Stimme ein Eisenschwerd ist verbrannt aber ich hab mich verriert mehr Pädobär oh scheiße mein Eisenschwerd ist verbrannt ach man ey kommst du jetzt mal ja ich will nicht normal wieder auffallen nicht so mache ich ihn besser intelligenter oh fuck ich muss was essen jetzt habe ich wieder auch gar nichts doch eine Pilsoppe äh ich hab jetzt meine ganzen Brot ich habe auch noch Melonen vielleicht habe ich noch ganz viel und zwei Äpfel ist machst du direkt hier und vor der Bridge Mechanism der Brettsung gefunden und er hat auch die Rolle ich bin und ist ein Spinsporner ich hab keine Waffe aber das war zwei Schwerter ich hab keine Ahnung wo sind wir hergekommen alles von da Oh Ende der Welt jeder wird in der Mitte der Welt einfach nicht ankommen nicht anschauen ja leichter gesagt gar nicht wie hier raus einfach auf den Boden schauen einfach auf den Boden schauen wo bist du hin? das war doch der falsche Weg ich weiß nicht wo ich lang muss ich bin die andere Richtung ich meine das ist der falsche Weg ich weiß nicht wo ich was hier ist ja ich sehe los alles klar ich hab ich hab ok Trank der Schnelligkeit und Trank der Heilung und zwei Goldbarren und ein Diamant und zwei Diamanten ne ein Diamant ja hier sind wir runter wieder und meine Lore jetzt müssen wir auch mit Lore fahren oh fuck Endermans spinnnetze und spinnst oder spinnst oder spinnst oder da muss sie wieder weg weil ich bin nur seit dem verdammt weil sie lexer seit diesem Jahr die Mauer sagen wo ihr hin seid wenn wir zurück ich geh jetzt sagen wo der Rest von gebraucht wurde ich weiß nicht wo zurück ist der Weg merken haha das was ist davon die Verheer und wo sind wir hergekommen nix weißer Typ ich habe die Türen von dem Stein er merkt es oder vielleicht auch noch weniger das könnte auch sein und aus jungs er wie ja wie wie da zu mir auch immer auf die sache erlaubt jeder schon wieder hin kommt er zu mir mit dem Weg wo wir hergekommen sind er kommt er zu mir mit der Europäischen Union das hier ist nein geht zurück ihr seid doch schon wieder viel zu weit ist es gelaufen zurücklaufen er hat er hat er in der Ecke auf der Ecke in der Ecke ist wichtig der feste das ist die Blüten abwarten die das heißt sie wollten ja jetzt da und ich habe sie schafft ich werde bei uns gelandet er ist er zu kommen doch die Versuchung aufmacht wenn ich jetzt mal weggekommen der mit die Läuble Warte zu einem Ort da das hat er so gut die das ist ein kleines Erklärung er hat mit dem Luten das ist gut das ist gut, Alter, meine Sachen, meine Sachen, meine Erfahrung Nein, nicht nur deine Erfahrung meine Rüstung das ist mein Markt ne krieg's halt wieder boah alter ist das gut ey ich will meine Sache wieder hier ist noch eine Sache die konnte ich nicht aufnehmen ich bin eine Mädel mein Schwert wieder wo bist du hinter dir das war deins